Cherbis Nationaux, ich bin Marc Knülle und engagiere mich für die Franzosen in Deutschland und für den Parti Socialiste. Wir alle sind zurzeit sehr emotional dabei, unsere Nationalmannschaften zu unterstützen, die wo wir leben oder die, die wir im Herzen tragen, wie unsere Grande Nation. Am Freitag ist für alle ein ganz großer Tag, weil dann die entscheidenden Spiele beginnen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, es ist nicht nur das, was uns bewegen sollte in dieser Woche. Wir sehen, dass wir Europäer zusammen feiern können, wir können zusammen leben und wir sollten nicht zulassen, dass dieses in irgendeiner Form von anderen auseinandergetrennt wird. Und am Sonntag haben wir in Frankreich eine Wahl, wo Rechtsradikale die Macht ergreifen können. Das kann nicht unser Ziel sein, das ist nicht das, wofür Frankreich steht. Da müssen wir uns gegen wehren und deswegen ist es ganz wichtig, am Sonntag wählen zu gehen oder auch jetzt schon online. Daher bitte ich euch alle, unterstützt unsere Kandidatin Asma am Sonntag bei der Wahl und sorgt dafür, dass Frankreich, kurz vor dem die ganze Welt auf uns schaut bei den Olympischen Spielen, für die Werte stehen bleibt, für die wir uns immer engagieren. Für die Freiheit, die Demokratie und die Gleichberechtigung. Vive la France, vive la République. Vive la France, vive la République.